T'Challa, König von Wakanda. Ohne dich und die Avengers hätten wir Thanos und seinen Mechstrike nie überstanden. Doch trotz all seiner Anstrengungen werden Ironmans Mechrüstung nicht stark genug sein, um diesem Angriff standzuhalten. Hörst du das? Bösartig. Monster. Damit haben wir es jetzt zu tun. Aber es gibt Hoffnung. Denn ich, Dr. Strange, habe ein mystisches Monsterauge. Was nicht überraschen sollte, denn schließlich bin ich der oberste Zauberer. Seine einzigartige Macht kann gefährlich sein, vor allem in den Händen von Dr. Doom. Ich habe dieses Monsterauge, aber er hat das andere. Und mit ihm hat er die Schurken, die wir alle kennen und verabscheuen, in Scheusale mit übertriebenen und Übelkeit erregenden Kräften verwandelt. Schärfer, schuppiger, schleimiger. Doch mit meinem mystischen Monsterauge kann ich die Mechrüstung, die Tony Schuf weiterentwickeln, damit die Avengers sich diesen Monstern stellen können. Black Panther, lass uns dir besonders viel Durchschlagskraft geben. Da die Monster länger in der Luft bleiben können, wirst du es ihm gleich tun müssen. Und deine Klingen dahinten schärfen wir auch gleich, damit dir niemand in den Rücken fallen kann. Die Raketendüsen, die Tony in deine Mechrüstung eingebaut hat, sind nun nahezu geräuschlos. Mit der Panzerung treiben wir es auf die Spitze. Ihre Zacken sollten sich vor den Klauen und Kiefern von Dooms Brut beschützen. Ich hoffe nur, dass du diesen Monstern nicht nah genug kommst, um deine Klauen benutzen zu müssen. Gehen wir auf Nummer sicher und verlängern sie. Es war clever von Tony, die Mechrüstung mit Vibranium zu verstärken. Und mit der Magie meines Monsterauges sollte sich dieser Effekt verdoppeln. Jetzt los, T'Challa. Entfessle dein neues Monsterhunter-Talent, bevor diese bestialischen Bösewichte zuschlagen.